Willkommen bei den FIGA Tool Services. Mit VTS können Sie jederzeit einsehen, wann Ihr Presswerkzeug gewartet werden muss. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie direkt aus VTS heraus die Wartung und Abholung in Auftrag geben können, wenn es soweit ist. Über die Seitenleiste gelangen Sie in den Bereich Service und Wartung, Reparatur. Wählen Sie in Schritt 1 unter Artikel auswählen das gewünschte Werkzeug oder Zubehör und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Geben Sie nun an, welches Zubehör Sie mit warten lassen möchten. Zudem können Sie sowohl die Höhe der Kostenfreigabe per Schieberegler als auch die Serviceart auswählen. Handelt es sich um eine reguläre Wartung, wählen Sie Service. Wenn das Gerät noch nicht für die Wartung fällig ist, aber überprüft werden soll, wählen Sie Inspektion Check. Für Reparatur- oder Garantiefälle wählen Sie die entsprechenden Optionen. Überprüfen Sie Ihre Angaben und klicken Sie auf Hinzufügen. Das Gerät wird inklusive des ausgewählten Zubehörs in den Servicekorb gelegt. Sie können nun weitere Werkzeuge auswählen oder zum nächsten Schritt gehen. Klicken Sie hierfür auf Weiter. Überprüfen Sie im zweiten Schritt Ihre Kundendaten und geben Sie insbesondere das gewünschte Abholdatum und den Abholort für Ihre Werkzeuge an. Wählen Sie Ihren Service-Dienstleister und die Rücksenderadresse aus und klicken Sie anschließend auf Weiter. Übrigens, Abhol- und Rücksenderadresse können von Ihrer betrieblichen Adresse abweichen. So können Sie Werkzeuge beispielsweise direkt zur nächsten Baustelle liefern lassen. Überprüfen Sie in Schritt 3 Ihren Auftrag. Stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu und klicken Sie anschließend auf Bestellung abschicken. Sehr gut! Sie wissen nun, wie Sie Werkzeugservices beauftragen und Sie gewartete Werkzeuge direkt zum nächsten Einsatzort liefern lassen können. Entdecken Sie in den folgenden Tutorials alle weiteren Funktionen der FIGA Tool Services. Vielen Dank! Vielen Dank! Ja! Vielen Dank.